recht herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft together mit dem lieben knolle hallo ich bin dabei ist dabei dabei sein ist alles ich habe gerade kurz vorher noch was gegessen damit wir aufgefüllt bin und jetzt geht es wieder ans eingemachte irgendwie da hoch und da was reparieren aber sieht gerade irgendwie so schwierig aus kathedrale immer noch kathedrale zu ende bauen genau das ist falsch der stein kann schon mal weg ich muss da oben hin oder ein zu hoch jetzt muss ich noch einen darunter kriegen um das hinzukriegen da hoch zu kommen das kann nicht sein ich habe gerade vier drei zwei aneinander falsch gesetzt komme ich da jetzt dran ich glaube jetzt geht sie zu bauen das war das zeichen dass ich das gar nicht machen sollte so der war schon mal verkehrt aber ist jetzt auch egal das versuchen wir da mal endlich was zu machen dass es funktioniert okay doch das ist glaube noch richtig gewesen hier ist ja schon wieder alles fertig hier kann ich nicht hin super falsch rum so viel zum thema passt nicht eine letzte folge hier mit dem blöcken jetzt noch elf stück übrig jetzt muss ich zauern machen aber da komme ich dann auch wieder nicht hin oder doch doch jetzt geht es nur ja so ich glaube da muss ach jetzt habe ich dich mal genau warte warte mal das bringt mich gerade auf so eine idee ne kann man die so nicht setzen oder wie ich weiß nur nicht ob das passt das finde ich ganz gut aussehen glaube ich da ist dreck ist das so richtig na dann geht die kaputt ich hatte eine coole idee kannst du mal herkommen dann zeige ich sie dir wo bist du da vorne ja was ist da komme ich da vorne raus ich sehe es von hier aber es war zu weit weg oder was ja das problem ist es geht halt nicht das wäre aber cool oben oder unten bist du oben und dann komme ich wieder hoch wo bist du vor der tür oder wo ja das ist nämlich ganz cool aus hier mit den falltüren und die tür darunter geht das ist eine gute sache dann das glaubt dies funktioniert wahrscheinlich nicht mit der tür habe ich noch das würde gehen und dann von anderen seite oder ein oberlicht sozusagen ja das meine ich das sieht richtig cool aus wenn wenn das klappt dann sieht das richtig cool aus wahrscheinlich geht es aber nicht oder muss da ist die tür zu der tür zu ok will er nicht mehr oder falsch rum wenn wir erst einen stein hier machen ja mach mal so aber ich glaube das hält sich halt vorne dran fest ja schade dann geht so nicht aber selbst wenn es andersrum wäre wird es glaube kein problem sein wie wir es zuerst hatten wo du das dann weg gemacht das geht ja auch nicht wieso ging das nicht das war doch dann drinnen oder nicht da war dreck hinter ach so ok und die klapptür von oben will er das schade andersrum wäre es dass sie nach unten aufklappt da müsste man von oben die setzen oder wie ist das geht nicht ich weiß dass man so setzen kann aber das bringt einem ja nichts wo jetzt hochklappen geht das macht er seitwärts das ist doch habe ich noch was gemacht vielleicht kann man die noch voran lassen setzen als andere spricht spricht was dagegen das wird auch nicht bringen oder ok ich mache weiter ich war gesehen was du willst geht aber nicht geht leider nicht wäre eine super idee gewesen und stuhl fliegt wak 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 geht wahrscheinlich auch wieder nicht so ich muss das da oben noch irgendwie zu bauen aber bin gerade irgendwie auf dem weg das nicht hinzukriegen durch stuhl soll es eigentlich was vergehen jetzt muss ich gucken wie das hier geht na so da ist einer hin und dann ist natürlich übrig da 1 2 wieder gut geklappt so kann man den augen wenn schon dran machen das wird gehen aber das sieht doof aus ab jetzt muss ich so jetzt muss ich gucken wie das hinkriegt sieht doof aus braucht man nicht das kann ich auch gleich wieder weg legen weil sonst habe ich das nachher ganz kaputt gemacht ist das so richtig es ist schon wieder dunkel stimmt schon mal runter schlafen gehen schon da dann gehe ich erst mal schnell ins bettchen gut schlafen schnörchen schnörchü und schnell wieder da hin jetzt weiß ich was machen wollte ich wollte mir zäune machen und wenn ich mich jetzt nicht täusche werden so eine so gemacht seit meinem was für mich mit weiß ich dann kann ja genau das war jetzt umgekehrt glaube es macht man zauber wird wahrscheinlich andersherum sagen jetzt muss ich gerade nur gucken doch das ist so richtig oder ja ich glaube das ist so richtig gemacht so 1 2 3 4 5 2 3 4 das wäre 5 so das war jetzt aber glaube ich eindeutig zu viel so nein nicht schon wieder was machst du denn hier für maurusügel ne da muss ich unten einen drunter kleben noch ich krieg die krise ich weiß nicht warum aber ich drücke immer die falsche taste momentan doch das war jetzt ungefähr genau eindeutig ein stack zu viel 1 deck 2 noch so da einen hin ah das hier sind auch die gleichen da einen hin passt dann da eine erde hin und da der glaube da muss noch einer hin braucht die kathedrale denn friedhof ich weiß es nicht könnte man auch machen sicherlich denke ich mal ja das finde ich dann jetzt schon machen ja ich habe nämlich gerade so eine idee zu grafsteine okay hast du kannst bist du unten drin ne 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 ah jetzt gleich kannst du mal einmal gucken wie das hier zugebaut ist und ob das so passend aussieht irgendwie die kuppel warte ich muss essen fehlt nur noch das fenster glaube ich jetzt dann ah wo hier oben ah wo ist hier oben wo ich hier diese ganz viel erde in der ecke habe da kannst du sehen ob das so richtig ist von dem ausmaßen das ist schön mit dem dreck aber sieht richtig aus oben das dach ne passt ja würde ich sagen hast du stufen und steinstufen muss ich gerade mal gucken drei stück habe ich noch kannst du mir die runterschmeißen versuche ich gerade kommen die bei dir an weiß ich nicht muss ich hoch okay habe ich gerade gesehen hast du noch steine steine habe ich noch kann ich dir geben ja wo stehst du da kuh steuerung kuh ne shift kuh ne oder steuerung steuerung kuh hast du sie hinter dir ja naja so da einer hin da muss auch einer hin da aber auch oder war der jetzt verkehrt ne ich glaube der war verkehrt der muss wieder weg so das passt so jetzt geht es ans fenster noch ich glaube da muss einer hin ich kriege es nicht hin da muss auch einer hin und ich hoffe das passt jetzt hier irgendwie aber ich glaube ich muss tiefer der muss weg und ich glaube da muss der hin ich weiß nicht wie ich das hinkriegen soll ich wollte eigentlich so ein kreuz da drauf machen aber geht nicht doch ich glaube ich weiß wie es geht ja so geht es wie ist denn das mit dem fenster da drüben das ist auch so okay ach das fenster ist zu schmal kann das sein 1 2 steine 5 breit ist das da 1 2 3 4 5 dann ist hier schon einer zu viel deswegen passt das nicht ich glaube jetzt sieht das fenster dann gleich aus ich weiß nicht das könnte man so hinten in die kirche rein machen was da war hier draußen bin ich gerade vor der vor der kirche gerade dran das könnte man zum altar machen der kommt mit wo bist du da was machst du ich habe ein bisschen rumprobiert ich denke mal das könnte man so auf einem altar hin machen oder den zaun da mit dem kreuz da drinnen könnte man machen ja weil ich wollte eigentlich so grabstelle draus machen aber vielmein dass wir viel zu klobig 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 jetzt komme ich hier blöderweise nicht rüber dann geht es auch cool aber ich habe so viele zäune und die wollte ich irgendwie nutzen so jetzt muss ich hier erst weg bauen glaube das fenster es glaubt passend ja ich muss jetzt hier unten rum wir haben jetzt eine kirche ich sag immer kirche wir haben jetzt eine empfohre wo man nicht mehr runterspringen kann sicher das fenster passend aus kannst du mal gerade gucken dem gegenüber passt ja gut oder das ist eins zu tief aber dann ist das ja eins zu hoch ja das da vorne ist eins zu hoch welches welches mein fenster hier ist zu hoch oder das gegenüber das ist eins zu hoch muss tiefer zu den anderen gut so das dach ist da oben erstmal soweit fertig das heißt das nächste was jetzt kommt ist der turm beziehungsweise stimmt ne 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 ich glaube das fenster ist zu niedrig kann da sein na die sind alle anderen sind auch so ach da fehlen noch so steinchen drin deswegen ne der turm ist zu groß ein zu groß wie von der breite her oder was geht das nicht mittig oder was ja kann man nicht mittig setzen ok aber ich würde sagen bevor wir hier irgendwas weitermachen wenn wir die folge wenn wir die folge genau genau und wenn man hier jetzt hoch guckt dann sieht das alles symmetrisch glaube aus und das da hinten ist auf jeden fall eins so hoch das hier das fenster meinst du jetzt oder was ja das da oben ok das müssen wir dann noch umbauen aber das machen wir in der nächsten folge wir bedanken uns ganz recht herzlich fürs zuschauen und würden uns freuen wenn dann bis dann tschüss Vielen Dank.